Also, Neuaufgabe des Halbfinales zum Jahrhundert gegen mich in Bühne. 2 zu 1 für Rot, für Nahen, 2 zu 3. Bereit, geht! Go! Drei, eins, kämpft! Go! Blau, blau zuerst, dann mal runterkommen. Drei, zwei, kämpft! Stopp, stopp! Voller Treffer auf die Hand von Rot. Damit gewinnt Rot. 4, 2, die Hand ist in die Finale. Applaus Applaus